Herzlich Willkommen zu einer Branden Folge von Mindshow Wolf, heute mit mir, dem Dr. Strange, hier auch schon unten als Skimm. Links neben mir haben wir die Black Widow, auch bekannt als die Ronja. Und rechts neben mir ist, es ist nicht Thanos, es ist, wie ist der Name? Tannis! Tannis, es ist Tannis. Tannis ist der, ähm, nicht ganz so kluge Bruder von Thanos, der besondere Bruder von Thanos. Hey Leute, und übrigens, Juri ist auch dabei als grüner Power Ranger, kein Avenger, überhaupt nicht von Marvel, aber egal, Juri wollte es sein und Leute, Der Power Ranger. Da kann man alles sein, was man will, oder Tops? Auf geht's, ich hab mal hier, ich bin heute auf der Batman-Map hier und auf geht's, ich bin in den Thanos-Modus, das heißt, es gibt, ich bin der Avenger, Avanga. Juri, ich bin der Avenger, Avanga, die Räsche machen. Oh, äh, brumm, brumm. Komm, komm, Mann, das geht besser. 10 vor 10. Musst du richtig mit... Oh mein Gott! Ah! Bei mir ist Aggressiv, Tobias! Oh, wo ist Aggressiv? Bei mir! Oh mein Gott, der hat mich rausgekriegt. Hier sieht ja auch ein Papierkopf in der Ecke. Okay, Tops ist voll. Ey, geh auf mit den Fernseher, ich hör die Pistensound. Ey, wer hat hier gerade... Ist hier der Game gang? Alle meine Kisten sind leer. Okay, den Fall! Okay, halt mit zu, halt mit zu, halt mit zu. Oh, der ist auch nettle von mir. Was? Okay, erstens mal wird niemand das Deadlift diskriminiert, okay? Wir leben hier. Wir sind die Avengers, okay? Wir sind nicht, äh... Wir müssen im Team arbeiten. Wir sind die Avengers. Wir sind nicht Justice League, wir sind die Avengers. Justice League ist richtig schlecht. Avangas. Okay, jetzt verkennst du was? Nichts gegen die Leute, die DC mögen. Ein paar DC-Filme sind echt nicht bad. Ich mochte Wonder Woman und Aquaman, war halbwegs okay. Aber es kommt bei weitem nicht an Marvel ran. Marvel ist ein anderes Level. Und Rani, du wirst es auch verstehen, wenn ich dich eingeweiht habe. Ich werde es verstehen. Du, ja. Du wirst eine von uns sein. Eine von uns. Eine von uns. Eine von uns. Wir müssen das für einen Vorsatz. Hey, übrigens, hier steht immer noch Tops stinkt. Was? Okay, jedenfalls, ähm, was ich gerade sagen wollte, ich hier. Ähm, äh, schönes Wetter heute. Okay. Tops. Tops, Tops. Warte, 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 warte. Okay. Tops ist Thanos. Du hast nicht gesagt, welche Rolle du hast. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin Avenger, habe ich eben schon gesagt. Echt? Dann hat Julian nicht gesagt. Äh, ich, ich habe gesagt, Avanga. Die Wange. Nein. Okay, warte. Ronja und ich, wenn man sie erst gesagt. Dann Tops. Nein, dann ich. Dann Tops. Es ist meistens der, der, der in Rani sagt. Wir sind ja alles ehrliche, äh, Kerle und ehrlicher Mädels hier. Also ich bin ehrlich, diesmal mit euch. Tops ist das Mädel. Ronja? Echt? Halt Abstand, halt Abstand, Ronja. Halt Abstand. Komm mal hoch. Ich habe richtig viel Rubies. Ich wollte nur vor dir an die Kiste oben. Jetzt hat noch mal nichts gebracht, weil es da ab. Ja, hat sich ja. Ronja Böse. Was macht ihr hier? Hier gibt es einen neuen Geheimgang. Danke. Ist mir schon aufgefallen oben? Wie kommen wir eigentlich hoch? Warte mal. 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 Ich bin hier. Ich bin hier. Wie ist ich da? Hier ist grüner Power Ranger und Thanos ist hier. Äh, Ronja ist nicht da, oder? Ich bin hier. Ronja ist nicht da? Ronja war Dettel für mir. Ey, bleib, bleib, bleib. Bleib, bleib. Bleib hier. Jetzt, so, wie sieht er auch aus. Ich habe mir gerade noch hier ein Schwerd. Ich habe literally gar nichts. Wirklich. Ich habe ein Steinschwert. Und gar keine Rüste. Also, ich habe ein bisschen Geld. Du bist so selber schreckt. Ich verstand mich jetzt. Irgendeine Rüste. Ne, nicht wirklich. Da. Nein! Ich brauche nicht. Bei den Helm könnte ich eigentlich gebrauchen. Also, so ist es natürlich nicht. Ich habe einen Schlagschock. Ich bin gar nicht Thanos. Ich bin gar nicht Thanos. Aber wie sieht es bei dir aus? Tops ist Thanos. Ich bin gar nicht Thanos. Ich bin gar nicht Thanos. Ich bin gar nicht Thanos. Es könnte legit sein, dass es Tops ist. Also, ich bin gar nicht Thanos. Ronja ist bei mir. Ronja ist bei mir. Ne, 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 ne. Ihr müsst einfach mal aufpassen. Julien macht mir immer Strater 4 Herzensschaden. Mit dem Emerald. Ja, ja, ja. Mit dem Emerald. Okay. Hey, bei mir steht, ich bin Batman im Chat. Hä? Ich bin gegen dieser Bat-Höhle unten. Wart ihr schon mal drin? Ne. Wo? Ja doch, in der Bat-Höhle. Ja, ja, dieses. Bat-Höhle. Steht in der ganzen Bat-Höhle. Jumme. Hey, Bill. Bist du Batman. Bill, du auf der Arm. Ja, aber you don't have Bill, man. Bill, man. Ich weiß nicht, was ich kann dir sagen. Ach, das will ich gar nicht wissen. Hallo, Ronja. Ronja, greif mich. Ronja, hey, 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 hey. Ronja, Ronja. Ronja, Ronja. Sorry, ich habe gesagt, es war aus Versehen. Bitte für Enderperlen-Jobs. Ne, danke. Ich habe Enderperlen, die mich pressen. Ah, ich habe Blindness. Ein, ein Bill, man. Oh mein Gott. Äh, ist quasi ein Pumper. So sagt man auch österreichisch. Achso, alles. Ich habe 40 Rubis. Lass traden. Ne. Bitte, bitte. Ich brauche einen Argon-Rüstung. Ich brauche aber auch einen Argon-Rüstung. Ja, halt Abstand bitte. Brauchst du eine Argon-Rüstung oder brauchst du was, was man sich nur als Thanos kaufen kann, Flo? Ich kaufe mir jetzt, dass ich Thanos bin. Wir sind auf der Batman, da brauchst du das. Das hab ich immer, ich habe mal gerade irgendwie mit Argon-Rüstung eine Eisenrüstung geauft. Turkey Doll. ich kann das team rubies geben sie stecks es ist aggressiver tobias es ist richtig ronja oder kaos ich habe aber nicht du könntest mich kennen ich habe nicht keine rüstung ich habe leder und dann schätze aber warum hast du mir denn alles gegeben was man ich brauchst nicht du hast aber gesagt du hast gar nichts also brauchst du doch gar nichts ich weiß nicht wenig ich glaube er ist es ja ich glaube einfach mal ist es ich habe ich hab wirklich nix danke jetzt mach auf ich habe eisenschwert kopf oder ohne lebenskrank des lebens ein eisenhelm ist nicht drin ich kaufe mir ein krankes lebensverkehr ich bin der wolf wie war das ich habe mir ein geschenk geholt ja 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 fangst alle ich werde dafür dass ich einfach nur und ich bin nicht panos doch ey 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 why�omre wie kommt man da eigentlich oben raus wisst du das dann bin ich zum test dann könnte ich dir das hammer wie beißen die Tür ich hab Unlikeersteine und frag mich was gekauft ich hab keine steine gekauft es gibt doch diese komische steine wo man es verdreht ey 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 wir können es testen wir können es testen wir können es testen wir ich sagte genau wie ok ich schlag dich ab mit dem rüstung aus ok wenn ich tanus wäre würde ich dir mehr damit machen ein herz der mensch das war ein missgeschick sie mich angreifen ist hier angegriffen jürgen ich werde ihn im weg ab nein warte hallo flo hinter dir hä was ich hab keine endopäne bin los ich hab keine endopäne sind wieder ich bin so laut das bist so safe du hä tobs nice nice gut gemacht gut gemacht ok ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ok ich dachte es wäre tobs ja dachte ich auch ich habe vier kill coins ich habe zwei der kiste gefunden und zwei durch euch ok ganz ruhig und ich habe meinen dr strange nicht mehr drin aber haben wir das gleich okay weil ich muss schon ein bisschen strange ein paar ich habe ich habe vier kill coins ok ich habe zwei der kiste gefunden und zwei von ich kann nicht kaufen noch eine minute ich kann immer noch was kaufen ich kann nur eine weapon case kaufen ok 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 so machen wir das ok wie bist du ich habe nicht genug wo bist du oh mein dreckslebens geht nicht mal oh was hast du Hilfe oh mein gott das ist so op warum kannst du fliegen ich hab fett oh mein gott pvp pro wow oh mein gott wie du bist so stark naaaa erst mal loten oh mein gott mit körpern funktioniert oh nein wie viel op hatest du ich hatte 3 op 3 op ja meine argen rüstung ich habe ich gar nichts lang das war der argen rüstung ok neue runde neues glück und was sagt mir mit time stone er steht top schlingt ok mein time stone mein time stone das muss ich mit gefühl machen sonst mit gefühl mein time stone ich habe alle möglichen zukunft zukünfte gesehen ok dann hast du durchfälle gehabt in einer zukunft schon aber das ist nicht das ist nicht das nächste punkt ok der punkt ist dass in allen zukünften topst der Thanos war ok ich kill topst wer hat gerade gerollt wer hat gerade gerollt gerollt jetzt bin ich eine lube ich bin hey denn er war Thanos ist das mal kooperieren wenn man mit slash tell seid mal ehrlich seid mal ehrlich wir kennen uns ja eigentlich das wäre was soll ich machen ich bin dann ich bin ich bin ein mann der möglichkeiten du bist der mann des volks ich bin ein mann des volks oh ok ah ok da hat mich jemand gewispert ok Flo hat so gesagt schreibt mir slash tell und ich schreibe mir so slash tell und Julian vielleicht meine ich aber nicht dich oh oh ich sag nix ok so funktioniert das spiel nämlich nicht ok ach echt jetzt auf einmal spielen wir nach dem spiel wir müssen uns ja ein bisschen die regeln halten top das musst du schon ein bisschen eingestellt ich finde wenn der top einfach macht was er will und die ganze zeit das ist finde ich schon ein bisschen das wird doch keinen spaß machen top das ist ja auch mal ein bisschen konsequent hier ich finde es verdirbt auch so ein bisschen das spielerlebnis für die ganzen anderen ja meinst du Ronja ja ich hab keine Chests also zum Beispiel ich würde es nie machen weil ich einfach weiß es ist einfach Ronja ist einfach eine brave Wölfin ja ich bin aber eine Wölfin Thanosin oder Thanosin Thanosina Thanosina Ronja bist du Thanosina ja ich bin Nahverwandter der Apfelsine 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 aber warum ist das ein Beacon das ist ein anderes Wort für Orange Orange Orangen oh mein Gott 35 rubies schon wieder geht das euch auch immer so wenn ihr Thanos seid findet ihr nix und wenn ihr normale Menschen seid und wenn ihr halt eben das nicht braucht dann für dann wird das so viel ich habe sieben Holzschwerte und zwei Eisenschwerte ah deswegen kooperierst du wer ist Wolf will ein paar Sterne haben also wenn ich Thanos wäre würde ich ein bisschen leiser damit umgeben ein bisschen besser was mit top hat das klappt nein ich hab kein klappt hätte ich glaube ich kann übrigens das kann ich hab's wie dran echt ja man kann die speed ring gehören das ist so nice da kannst du richtig schnell looten wer ist das ja immer der wolf ist ich kann ihn von 30 rubis geben ich habe neun holzschwerter wieso soll ich denn es mal sein ich hab von der getötet aber ich kann sie wiederbeleben ich brauche nur etwas gold ernsthaft ja aber das ding ist jetzt ist der das ist jetzt ist der tannos dingensens wie heißt es ist juli das hat der tannst das ist 100 prozent ich bin offen zu kooperieren ich bin kein ich bin kein ich habe einfach zwei steckes gold zwei stecks immer und warum redest du dann auch und ja nicht ich habe kein gold soll ich gar nicht retten ich habe richtig viel ruby sitzt von julian danke aber ich bin ja ich kann ihn trank des lebens nicht kaufen ich habe das ding aktiviert aber es hat nicht funktioniert ich habe ein geschenk kauft ich selber so toll bin nur gold und ich habe ein holzschwerter von mir muss ich habe einfach zweimal ist ein geschenk kriegt obwohl ich dann einmal kauft habe was soll teleportation stein ich war doch keine von euch absolut kein spaß ich laufe weg du bist du willst du irgendwas wenn du stirbt und tötet ich wer auch immer überlebt wird getötet von mir warte ich habe noch ein steck du hast noch also ok gut dann kommt die speed potions dann kriegt er uns nicht die sind so op das habe ich jetzt erst so mitgekriegt weil du kannst einfach so schnell rennen und er kriegt dich für nicht wenn ich dann würde ich doch warum habe ich 35 rubies bekommen ich greife niemand dann ja ich hab 9 attack damage verschwärts was aufwerten er wahrscheinlich aber kein rüstung floh ich habe keine rüstung hier ist super rüstung wenn wo ist floh wo ist floh wo ist floh ich muss der rieber rüstung der rieber 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 also ich habe so viel müll bei mir jetzt gerade ich habe neun holzwetter die das verpackt aus ich sehe aus wie so eine helle mit dekoration naja so sind kopf in der hand hat immer was ich alles für den müll habe hier ja also ihr könnt euch ruhig noch vertrauen mich stört es nicht ja also ich würde nicht nämlich nicht getötet werden von wer auch immer ja man darf keine unschuldigen killen ja es wurde reich ja wo ist floh genau den speedtrank ich hab 10 rubies ah nein ich hab mir die rubies aufwärts so lol was was nein also ihr könnt euch schon mal auf euer neues lieb einstellen als staub ihr könnt euch ich kriegt ja er kann Thanos gewinnt immer unvermeidbar was hast du für eine rüstung ja es hat ja der stadt das stadt das gewonnen stand ist wirklich gewonnen er tut es gewonnen okay also ich muss sagen auf mich zu schlagen doch es war halt nicht immer ich bin wirklich ich bin hier wendl du bist ein event wer war das man ja warum muss das nicht eigentlich warum wird es nicht töten ich glaube deine katzen die sind glaube ich Thanos hätte ich glaube nicht Ich bin confused. Ey, Lackstiefe Tobias, greift mich an. Echt? Das heißt, Tobias ist der Woll. Hier ist der Chest im Minecraft, Leute. Wer ist der Woll? Ihr wurde von dem Dings getötet. Was? Ey, warte, 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 warte. Jule, ist Tobias mit dir gewesen? Ich hab keinen gehabt. Hast du gesehen, ob Tobias Freunde gekilltet oder nicht? Nein, ich hab doch selbst gesagt. Ich kann's auch gerne probieren. Das ist das, was ein Thanos sagen wird, Tobias. Aha. Also zumindest ich würde das Thanos sagen. Und ich bin schon richtig. Smart in the head drin. Smart in the head, Junge. Tobias, sind wir nach? Ja, das ist zufällig der selbe Weg nach draußen, aber schön, Jürgen. Ey, kann man nicht zwei Slimepads nutzen, wenn man zwei hat? Geht das? Ja. Wirklich? Ist das wissenschaftlich bewiesen? Das ist ein bisschen Noob, wenn du die Zeit brauchst. Ey, lass mal Ronja ein Video beleben. Hol es sich wirklich Zeit. Brauch ein bisschen Gold. 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 Ich gebe dir all Gott, was ich habe. Ich gebe dir all Gott, was ich habe. Ich gebe dir für was anderes. Ich kann einen Trank des Lebens nicht kaufen. Was kannst du mir geben? Oh oh. Wirklich? Ich kann gar nichts kaufen gerade. Aber ich glaube, das ist verpackt. Kannst du mal probieren, Shop Reset. Aber manchmal ist nämlich wirklich kaputt, da ist die Art Dings funktioniert. Wie hast du noch mal gleich? Trank des Lebens oder was? Trank des Lebens. Ich kann echt alles verpacken. Es ging bei mir nicht. Es ging bei mir nicht. Es hast du kaputt gemacht, Flo. Habe ich gar nicht. Es hat Schimmel kaputt gemacht. Schimmel. 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 Schimmel hat das kaputt gemacht. Nein hat nicht funktioniert hat nicht funktioniert ich auch ein ganz liebens worf aber irgendwie nicht passiert ja aber es war bei mir auch ich dachte da suche entweder richtig ronja oder richtig ronja ist halos was richtig ronja oder richtig ronja ist tanus so schützt da das beweist jetzt niemand von uns ist oder so steht das dort eins zu eins zu ich schaue mal ob bei mir das mit lebensreter geht ich habe schon kauft das ist das ding und nutzt habe ich aber nichts passiert bogen kräften abogari du ihr habt ihr irgendwelche sachen ich will nicht gepackstabt dann ist mit fünf steinen der aber ich meine ich würde nichts ausschließen wir sind ja in einem zeitraum der möglichkeiten ja okay ja ist verdächtig ruhig ja weil ich jetzt den ganzen also durch level ablenken ja 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 ich werde ablenken ich habe mich an das ist am besten das ist eine lüge stimme ich kenne dich ich will ich will jetzt kennen ich will jetzt kein lügen das sein aber ich bin ich bin Ich bin Thanos. Ich bin Thanos. Er redet grad so ein bisschen verlegen. Ich weiß nicht was du meinst. Ich weiß nicht was du meinst. Ich will drück den Knopf. Was? Das ist ultra schwer alleine zu machen. Aber hier unten ist. Naja, ich war fast gar nicht. Ich hab nur Lederrüstung. Oh, Tops ist über uns. Es ist Tops. 100%. Aber kein Endeffekt mehr nutzen. Hä? Ist das dann auch ohne? Was? Warte mal. Du bist doch dieser Thanos. Dieser besondere Thanos. TARDIS. TARDIS. JOMAIN, die TARDIS, OIDA. JOMAIN, die TARDIS, OIDA. OIDA. JOMAIN. Okay, okay. Rubine. Heavy Duty. Ich hab nur Heavy Duty. Wer war das? Tops. Hä, was denn? Es ist Tops. Alter, das war Fallschaden. Nevermind. Nevermind. Ich hab ein Schleimbett. Ich hab ein Schleimbett, oder? Ich hab ein Schleimel. Auch Schleimel. Ich hab ein 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 Schleimel. Tops, wie geht's dir denn so? Ja, Sandkasten. Was? Sandkasten? Ja, Sandkasten. Ich glaub den Zeitstern hinweisen. Hä, Tops ist Thanos. Ja, Tops. Tops ist Thanos. Hast du wohl nicht genug Emeralds? Tops? Tops hast du etwa nicht genug Emeralds gefunden? Tops? Tops hast du etwa nicht genug Emeralds gefunden? Ich bin immer offen zu kooperieren. Tops ist ein Schleimel. Ich hab ein Schleimel. Ich hab mein Deck Emeralds. Kaufe dir doch einen Stein. Kaufe dir doch den Zeitstein! Ja, ich bin aber kein Thanos! Ja, aber ich dachte du sammelst grad. Gehst du nur weiter ein! Wir wissen es! Oh mein Gott! Ich hab grad ganz vorne am Schiff hab ich so richtig 3 Chess Oh mein Gott Ich hab ganz vorne 3 Chess gewohnt und 13 Chess Oh mein Gott Oh mein Gott Kann man nicht auf der Seite Schiff drauf mit der Enderpeller? Ich weiß es nicht Okay Soll ich zu riskieren mit der Enderpeller? Ist das Server vielleicht Crash? Es könnte sein Ich probier's Nein, 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 ich Jürn nicht Unsichtbare Wand Mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht Aber ich glaube es geht wirklich Tops hat sich grad fast einen falschen Stein wahrscheinlich gekauft Deswegen hab ich grad so Stehen's Tops? Nein Tops! Komm doch, mach was! Ich bin in dem Raum gefangen Was ist denn Raum? Was ist denn Raum? In der Miene Oh nein In dem 1x1 Raum Gut, ich mach Tops Nein, nicht in dem 1x1 Raum, sondern in dem anderen Ihr müsst einfach in Minecraft reinschieben Nein, mach ich nichts Ach, da bist du? Hä? Ich hab euch aber nicht gefunden Niemand ist irgendwo Ich bin neuerlich schon Lass uns gleich mal, Leute Ich war legit 3x Thanos Es war unglaublich Okay Leute, das ist ein leichter Vieles saftiges Kostüm Hat 400 Euro gekostet Und so Deswegen Ja, ich schau Leute, das ist ein leichter Hol ich die saftigen 3D- Es braucht Autogramm Karten Weil sonst bin ich bald 4.000 4.000 4.000 4.000 Äh, eher mal hier Und das Kostüm Ich weiß was im Geilen Hau dir rein Und tschau Leute Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal